Ich selber hätte damit nicht gerechnet, aber hier an dieser Stelle schon mal Glückwunsch an alle, die bei diesem Tanki4-Event mitmachen und sich ein Set geholt haben, um dabei zu sein. Denn sobald das Event vorbei ist, ja, da gibt es erstmal Belohnungen für alle, die da mitgemacht haben. Und zwar die, die man hier sehen kann. Container, Skins, ein paar Variationen sind mit dabei, das Schutzmodul Armadillo, Drohnen. Aber, um auf die Skins zurückzukommen, darauf freue ich mich am meisten, der Skin Diktator GT. Hätte ich nicht gedacht, aber scheinbar, ja, kann man sich nach diesem Event dann darauf freuen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich damit rumcruisen werde. Und jetzt ins Studio zu dir. Ja, danke für diesen sonnigen Wetterausblick und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil, heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Und wir spielen hier mit Tesla und mit Hunter. Ich habe eigentlich schon ein Video aufgenommen. Am, ähm, weiß ich nicht, am Wochen... Freitag! Am Freitag war das. Ja, aber bevor ich es überhaupt rendern konnte, ich habe es einfach schon vorher gelöscht. Ja, passiert. Gut, ist ja auch nicht viel passiert. Also es war eigentlich lustig, aber ist ja auch egal, jetzt kann ich lügen. Nein, aber ich habe mit Krise gespielt und mit Hopper. War ein Vergnügen, sage ich euch. Aber heute spielen wir mit Krise und mit Hunter. Wenn ihr Hopper sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Liken, liken, liken! Bei drei Likes. Super. Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Für die, die ein paar Tanki-Coins übrig haben, die können sich hier... Ich kann euch das jetzt hier an dieser Stelle nicht zeigen, denn ich habe mir schon mittlerweile das günstigste Set hier geholt. Aber für 990, ähm, gibt es hier noch ein weiteres Set, was man sich halt holen kann. Und dann macht man da bei diesem Tanki-4-Event mit. Also die, die ein paar Tanki-Coins übrig haben auf ihrem Account und sich vielleicht eben die am Anfang gezeigten Belohnungen holen wollen, die, ähm, ja, können sich das ja mal überlegen. Ansonsten, ja, macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Aber, hier, Diktator und Raygun GT. Ich freue mich auf diesen Diktator-Skin. Ähm, ich habe den jetzt ingame noch nicht gesehen. Ich würde wahrscheinlich schon irgendwo vorgestellt worden sein, einem Vlog und so. Aber, da, du, da lasse ich mich nicht spoilern. Also den will ich, den will ich selber dann halt auf meinem Account das erste Mal sehen. Darauf freue ich mich sehr. Das Event geht ja noch, äh, einige Tage, ne. Fast zwei Wochen, glaube ich, war das. Also das muss noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen aushalten, aber, ähm, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Was haben wir denn heute eigentlich für Missionen? 500 Punkte verdienen, 5 Schlachten, sorry, 5 Overdrives in Schlachten und ansonsten 15 Reparaturkisten. Sollten wir hinbekommen, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was Capture the Flag so abliefert. Äh, ich war gerade in einer Schlacht. Ähm, nö. Nö, einfach nein. Einfach nein. Okay, ähm, ich habe jetzt auch nicht viel da mit beitragen können. Ich bin einmal draufgegangen und dann bin ich rausgegangen. Aber ich dachte mir, nee, das, äh, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Gut, versuchen wir also nun die zweite Schlacht. Und hoffen wir mal, dass es hier ein bisschen besser wird. Ich ahne, schon schlimm ist. Aber, okay, ich möchte ja jetzt hier nicht so negativ klingen. Nichtsdestotrotz, also das mit dem, mit dem, äh, Diktator-Skin, ne, das freut mich so richtig. Ich hätte das nicht gedacht, ähm, ich wurde auch im Stream darauf hingewiesen, dass, ja, mittlerweile, ähm, alle, äh, oder, nee, das nur noch, ich glaube, am Freitag hat nur noch die, äh, ja, die Summe von eine Million, äh, gefehlt, um alle Belohnungen freizuschalten. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Denn ich habe halt ein paar Stunden vorher, glaube ich war, das habe ich reingeschaut, und da fehlte dann doch ein bisschen mehr. Oder war es am, am Tag davor? Keine Ahnung. Also jedenfalls, auf einmal, muss da jemand sein, 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 ja, sein, weiß ich nicht, sein Jahresgehalt rausgeballert haben oder so. Keine Ahnung. Aber, ja, auf einmal schepperten die, die, ja, die Tanki-Coins in dem, oder die Tanki-Coins in diesem, äh, Tanki-Fond-Event nach oben. Also soll mir recht sein, ne, kann man sich halt entsprechend auf die Überraschungen freuen. Hätte ich aber für undenkbar am Anfang, äh, gehalten. Weil, äh, wir hatten das ja schon bei anderen, das ist ja nicht das erste Mal, dass es sowas gibt, ne, und, ähm, mag sein, dass ich jetzt hier irgendwas vergesse, aber ich, äh, glaube, dass es, ach, der, der haut sich, schade, der haut sich leider selber weg, aber ich glaube, dass, ähm, dass es, dass es, dass es nicht so einfach war, in den anderen, ähm, Tanki-Fond-Events bis zur letzten Stufe vorzudringen. Also, da war eigentlich schon vorher irgendwo, ja, spätes Mittelfeld war eigentlich schon vorbei, aber dieses Mal sieht es wohl anders aus. Ähm, wie gesagt, mich, äh, mich freut's, ne, ist alles gut, ist alles gut, super, wunderbar, ähm, aber das war ein bisschen unerwartet. Seien, seien wir ehrlich. Ich, 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 ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt. Also, im Nachhinein, ja, ja, klar, du, immer, immer positiv, aber ich muss mir irgendwann ein neues Kabel kaufen. Hab, hab manchmal wirklich die Probleme, ich weiß nicht, ob es am Kabel liegt oder so, ich hab, ich hab vor kurzem einen ziemlich, äh, skurrilen Artikel gelesen, aber manchmal, manchmal geht der Bildschirm einfach aus. Aber gut, okay, jetzt fällt mir gerade ein, ich hab, ähm, einen ziemlich skurrilen Artikel gelesen, und zwar, dass wohl ein Stuhl, ein, ein Schreibtischstuhl dafür teilweise verantwortlich, äh, ist, dass am Monitorer einfach ausgehen. Ja, krass, krass. Hätte ich nicht gedacht, aber jedenfalls, ähm, oh nein, den Artikel hab ich nicht am 1.4. gelesen. Aber das war, das war auch unerwartet. Ja, genauso wie das Event. Aber gut, wie dem auch sei, also jedenfalls, darauf kann ich mich, kann ich mich sehr freuen, einen schönen Skin zu haben. Die anderen Skins, die da sind, ja, gut, kann man, kann man sich halt auch nehmen. Ich find den Freeskin, der da jetzt auch noch mit dabei ist, ja, ist okay, ist okay, ist halt ein Skin, ne, aber den, ähm, GT-Skin, auf den freu ich mich so richtig, ja. Das jedenfalls dazu. Gäbe es eine Bahn-Story, ich würd sie euch erzählen, aber leider auch das nicht, ne. Ich, ähm, äh, freu mich aber, dass, ähm, verdammt, ich hätte, ich hätte mich vielleicht, 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 ähm, mal daran erinnern sollen, wie man diese Drohne tatsächlich benutzt, ne. Ah, schade. Ja, wir haben auch schon lange nicht mehr mit Krise gespielt, ne, alles vergessen, wie man diese Drohne denn am besten effizient nutzt. Nee, 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 alles, alles vergessen, alles vergessen. Jedenfalls beim Stream, danke für die, die dabei waren, war, war eine sehr schöne Zeit. War eine sehr schöne Zeit. Ach, ja. Nee, war, war sehr schön, war sehr schön, hat mich gefreut, ähm, dass wir da unseren Spaß hatten. War sehr schön, war sehr schön. Gut, ja Mensch, ich bin der Erster. Wie kann das sein? Aber mich soll's nicht stören, ich, ähm, hab ja noch andere Aufgaben zu erledigen, meine wöchentlichen, und ich glaube, dass ich da auch noch gewinnen muss. Und hey, wir sind gerade, wir sind gerade am Gewinnen, das ist, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, so kann's auch bleiben. Gar keine Frage. Naja, mit 41% Schutz, hm, hm, hm. Ist das super, wenn ich sogar noch in der Top 3 bin, umso besser. Ich hab zwar, glaub ich, keine Top 3 Aufgabe, aber ich beschwär mich noch nicht darüber, ähm, wenn's so ist. So, jetzt aber, jetzt aber hier mit Schutz, ne, und vielleicht so ein bisschen hin und her gedümpel. Ah, wunderbar. So, let's go, let's go, einfach mal hier, äh, ja, okay, gut. Komm, was soll's, egal, wir fahren jetzt hier lang, holen uns mal den nächsten Punkt ab, ist besser so. Also, ich wäre gerne dem Overdrive hinterhergefahren, dieser Energiekugel, aber, ja, nicht mit meinen Fahrkünsten, nicht mit meinen Fahrkünsten. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich mit Topper unterwegs war, ne? Genau so, genau so, unglaublich, unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich eine Hilfe für mein Team war, aber es war jedenfalls sehr lustig. Äh, Kills gemacht hab ich nicht unbedingt. Ich bin eher wirklich zur Zielscheibe geworden. Ich hatte gestern, gestern dachte ich mir so, ach komm, okay, ich probier auch nochmal ein bisschen, ähm, rumzufahren, rumzudümpeln mit, ach, verdammt, ähm, mit Krise und mit, mit Paladin, nee, sorry, nicht mit Paladin, mit Ritter war ich unterwegs, ähm, und hab teilweise doch so, so kleine Aggressionen, die, die hab ich, die hab ich gemerkt, die hab ich gemerkt, die hab ich bekommen. Also, das war, das war, lag aber auch in den Gegnern, lag aber auch in den Gegnern, dass ich, dass ich da teils aggressiv, äh, wurde, denn, schade, denn ich wurde da auch zur Zielscheibe und hab Schaden fressen müssen, als gäbe es kein Morgen, ne? Ich wollte eigentlich, ich hab da Rugby gespielt und ich dachte mir, ach, naja, komm, ja, hier schnell, schnell unterwegs sein und einfach mal, äh, einen Punkt machen fürs Team, warum nicht? Das wird sie bestimmt freuen. Ich hab nicht einen Punkt hinbekommen, aber alle anderen Teammates von mir, die sind durchgerannt, das war in Ordnung. Ich hab, ich hab den ganzen Schaden fressen müssen und wenn die da hingekommen sind mit ihrer Krise drohen, wups, haben sie sich den genommen, einfach über die ganze Karte, let's go, kein Problem, aber wenn ich aus der Base rausgefahren bin, ja, dann hat's gescheppert wie hier gerade. Ja, fand ich nicht gut, fand ich nicht gut. Ja, was soll's. So, die Pulsar, ähm, ich hab die mir gar nicht angeschaut, die Pulsar-Variation, die es ja da auch zu, zu bekommen gibt, aber die sind ja wahrscheinlich auch nicht gerade schlecht, ne, von ihrem Effekt. Ich weiß zwar nicht, was sie machen, aber ich kann mir vorstellen, nice, dass sie ein bisschen was machen. Hey, der Witzker, ey. So, ich muss noch immer Overdrives aktivieren ohne Ende, das darf ich nicht vergessen. Was wollte der eigentlich von mir? Das darf ich nicht vergessen, aber ich will sie jetzt auch nicht einfach so aktivieren oder, ähm, also es muss schon, es muss schon ein bisschen, verdammt, ey, come on, es muss schon ein bisschen auch nützlich sein, ne? Vier Stück fehlen mir noch für meine Aufgabe, ich glaube, ich hab den nur einmal bis jetzt aktiviert. Äh, ich hätte da sicherlich auch mehr rausholen können, aber man kennt mich ja, man kennt mich ja. Ist okay, komm, ja, ja, schieß ruhig auf mich, alles gut, alles gut. So, ich hau jetzt ab, tschüssi. Ich hoffe nicht, dass die Raketen, ähm, mich, mich verfolgen, aber sie verfolgen mich. Schade. Vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich auch vor ihnen, vor ihnen wegfahren können, aber nicht mit diesen Fahrkünsten. Nicht mit diesen Fahrkünsten. So, ganz kurz, zack, ein paar Punkte hier noch sichern und dann ein paar Punkte weiter hinten sichern, ne, den Punkt C, den holen wir uns auch noch. Alles gar kein Problem hier. Ach komm, den holen wir uns auch noch, wenn es sein muss. Super. Jeder ist ein Gegner. Jeder ist mein, auch, auch meine Teammitglieder sind potenzielle Gegner. Ich möchte hier meine Position, die ich habe, doch gerne behalten. Ja, ja, komm, trau dich, trau dich. Trau dich nur, trau dich nur, trau dich nur. So, 200 nochmal. Super, super, super. Sehr schön, Teammates, let's go, weiter geht's. Ich bin zwar richtig angeschlagen und ich sollte langsam mal meinen Overdrive, den ich habe, aktivieren. Ich glaube, in der Top 3 sollte ich weiterhin bleiben. Das sieht gerade sehr, sehr gut aus. Wenn wir jetzt auch in den letzten, entscheidenden Zügen verlieren sollten, dann würde es mich natürlich umso mehr erkränken. Aber das würde natürlich, das würde natürlich wieder dazu passen, ne, Matchmaking, wie es sein sollte. Man kann halt gewinnen. Man verliert aber meistens. Und natürlich, du kannst in der Top 3 sein oder du kannst gewinnen. Beides. Uh, schwierig, 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 schwierig. Aber momentan sieht es sehr gut aus. Herrlich. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Come on, den nächsten Punkt, den nehmen wir uns auch noch. Ich habe hier gerade so einen tollen Run. Ach, ist das nicht toll. Aua. Gut, was soll's. Aber immerhin gut Punkte gemacht. Es wird aber doch leider sehr, sehr knapp gerade. Wenn es so bleibt und sie doch immer näher kommen, dann haben wir hier ein ganz großes Problem, Leute, ne. Will ich, Aua, will ich nur mal so gesagt haben, dann haben wir ein Problem. So, ich versuche aber trotzdem mal diesen Punkt nochmal mit einzunehmen. Sehr schön. Der war nämlich bitter nötig, um hier nochmal ganz kurz die Führung zu bekommen. Zwei Minuten noch auf der Uhr. Es wird spannend bleiben bis zur letzten Sekunde. Das verspreche ich euch. So. Zack. Fahren wir mal hier schnell ran. Und dann müssen wir zu Punkt C weiter. Also so können wir natürlich hier auch die Oberhand behalten. Oh, Mama. Geh bloß weg von mir. Puh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den Punkt haben wir. Den nächsten, den holen wir uns auch noch. Ist okay. Geht ruhig weiter an Punkt A. Kein Thema. Ich hole mir hier Punkt C. Ja, seht ihr mal. Ich bin, ich habe sogar meine Aufgabe mit den 500 Punkten geschafft. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich dafür zwei Schlachten brauche, aber diese läuft gerade momentan sehr gut für mich. So, ich glaube, da hinten liegt eine Heilung. Nein, da liegt keine Heilung. Schade. Aber wir haben wieder drei Punkte unter unserer Kontrolle. Und die letzte Minute läuft. Wir können natürlich noch immer verlieren. Punkt B wird hier gerade eingenommen. Wir können noch immer verlieren. Ähm, ja. Aber ich, ähm, ich versuche mein Bestes. So, wunderbar. Zwar ist der Punkt neutralisiert, aber komm, den holen wir uns wieder. Jungs, den holen wir uns, ne? Genau, genau. Zack. So. Dann. Weiter Punkt C. Ach, verdammt. Aber hey, immerhin, ich habe den nächsten Overdrive aktiviert. So. Dann habe ich drei aktiviert. Dann fehlen nur noch zwei für die nächste Schlacht. Das sollte ja alles easy peasy sein. So. Jetzt aber, Jungs. Ne? Ich will nur mal gesagt haben. Wir haben noch 20 Sekunden. Das sollten wir, das sollten wir jetzt bitte bloß nicht aus der Hand geben. Ne? Ey, das geben wir doch nicht noch aus der Hand, Leute. Ich fress einen Besen. Okay. Jetzt haben wir es. Aber es blieb spannend bis zur letzten Sekunde. Das habe ich ja versprochen. Und damit mit 79, 72 haben wir gerade so den Sieg verteidigen können. Boah. Das hätte nach hinten losgehen können. Aber hey, immerhin, ich habe auch noch meinen ersten Platz verteidigen können. 23, 21. Ich habe mich eigentlich schlechter gefühlt. Aber gut. Ich will mich auch nicht beschweren an dieser Stelle. So. Genau, genau, genau. Wie schon erwartet. Also noch zwei Overdrives, die mir hier fehlen. Und ansonsten bei den wöchentlichen Aufgaben. Ja. Im Gewinnerteam muss ich sein. Und zwar noch dreimal. Und einiges an Kristallen muss ich auch noch verdienen. Aber gut. Ist in Ordnung. Lief also schon mal sehr, sehr gut. Fast. Also okay. Gewonnen. Gewonnen. Gar keine Frage. Aber es hätte auch besser sein können. Na gut. So. Gehen wir mal rein in eine weitere Schlacht. Aber dieses Mal spielen wir Belagerung und das nicht mit, äh, was nehmen wir denn? Smoky, oder? Ich hätte natürlich auch vielleicht, äh, Vulkan nehmen können. Ach nee. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Schon mal so eine Art Vorfreude, ne? Auf den Skin. Oh. Aber doch nicht aufs Stadion. Ui. Pfui, pui, 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 pui. Bloß nicht. Also ich nehme, ich nehme gerne eine andere Karte. Nicht Stadion. Das muss nicht sein. Da geht mir lieber was anderes. Ja. So etwas, was auch tatsächlich Spaß macht. Das wäre gut. Das wäre gut. Ja. 15 Ultra in Container. Ich habe also meine, äh, Wochenendaufgaben soweit gemeistert. Die mit den, äh, Ultra-Containern als Belohnung. Die Ultra-Weekend-Aufgaben. Was mich da erwartet. Ich will es gar nicht wissen. Ähm. Ja. Mal schauen. Mach ich, mach ich wahrscheinlich irgendwann mal auf. Ähm. Vielleicht warte ich auch, bis, bis es die weiteren Ultra-Container gibt. Ah. 0.5. 0.5. Ja. Ja. Genau. 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 Okay. Gut. Ja. Dann holen wir uns doch mal ganz kurz hier eine Niederlage ab. Nö. Ist ja nicht wichtig. Ist ja nicht wichtig. Ich habe ja auch nur eine Aufgabe zu erfüllen. Aber hey. Ansonsten ist alles gut. Ach, Leute. Leute. Äh. Immer wenn eine Schlacht sehr gut läuft, dann kommt sowas. Oh, weia. Tja. Ich weiß nicht, was ich hier noch eigentlich machen soll. Also eigentlich, eigentlich muss ich ja auch nichts machen. Ich könnte mir halt ein paar Kristalle abholen. Aber ganz ehrlich, das bisschen, was ich da bekomme, das muss ich mir auch nicht antun jetzt. Ne, komm. Dann versuchen wir hier, also einen weiteren Versuch. Versuchen wir einen weiteren Versuch. Und dann, wenn das nichts wird, ja, dann mache ich einfach aus. Also, hofft mal. Ihr werdet es ja sowieso an der Videolänge sehen, ob das jetzt hier was wird oder nicht. Aber wenn ich jetzt wieder in die gleiche Schlacht komme oder es, weiß ich nicht, 0,4 steht oder so, dann mache ich jetzt einfach aus. Mache ich jetzt einfach aus. Mache ich einfach aus. Zack. Einfach einen Stecker ziehen. Einfach einen Stecker ziehen und das war's dann. Ist mir egal. Hab keine Lust mehr. Gut. Ja. Jungs, das war's. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. War das Gute, Bessere, India. Und ist ja klar, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich meine es ernst.